Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die Daxanalyse für den Montag, den 12.08.2024. Und unsere Eichhörstunde, das hier jetzt war, vielleicht eine Nuss nach der anderen gejagt hat, hat sich zum Freitag hier erstmal ein bisschen Zeit genommen und ein bisschen trainiert, um eben den Pullback-Bereich anzupeilen. Wir hatten am Freitag schon ausgiebig drüber philosophiert, und ich möchte deswegen gar nicht so lang ziehen, jetzt hier diese Pullback-Thematik. Das haben wir wirklich, glaube ich, am Freitag ausführlich besprochen. Ich hatte gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass er das vielleicht noch ein bisschen aufschiebt auf den Montag, indem er sich zum Freitag runterschiebt, ja, also mit Aufwärtsgeld eröffnet, und dann runterhangelt, so bis 5.60, um von dort anzugreifen. So ist es natürlich noch viel einfacher. Es ist eigentlich so ein bisschen weder die negative noch die bullige Route vom Freitag gewesen, oder so ein Mixting dazwischen. Hat sicherlich auch den einen oder anderen hier ordentlich doch mal überrascht hier unten, als er sich auf das neue Tagestieg fallen lassen hat und dann doch wieder oben stand. Also gerade das doch wieder hochziehen. Da muss ich auch sagen, habe ich dann auch gar nicht so kommen sehen. Er hätte dann schon gedacht, er bleibt hier irgendwie im Bereich um 27 und drückt sich dann zum Montag eben hoch, weil, das bringt ihm jetzt nicht unbedingt so ein Feldgewinn, aber soll egal sein. Ja, er steht jetzt hier auf grüne Tageskerze. Das ist soweit erstmal wichtig, als dass hier eben jetzt die Bewegungszene noch kommen können. Ja, und das ist jetzt das Wichtige. Wir sind jetzt auf einem Niveau angekommen, wo man wirklich vom Pullback sprechen kann. Also alles, was jetzt hier irgendwie nach unten wegdreht, rotes Tageskerzen werden. Sollte man enorm vorsichtig sein, wenn der Markt jetzt von unten quasi bestätigt, dass er aus diesem bulligen Trendfortsetzungsmuster nach unten ausgebrochen ist. Wenn er das jetzt bestätigt, indem er sich davor oder dran nach unten wieder wegdreht, dann spricht das dafür, dass das eben nicht irgendwie eine, ich sag mal, übertriebene, kurzfristige Reaktion vom Magma, sondern dass es wirklich hier darum geht, den Trend zu brechen, den Aufwärtstrend zu brechen und hier einen neuen Trend einzuleiten, nämlich einen Abwärtstrend. Und dafür muss er eben dem Bereich jetzt halt wirken. Das ist jetzt die Knackpunktzone hier. Ja, das ist jetzt hier der STG-Gerechtig. Aber da haben wir auch am Freitag schon drüber gesprochen. Ja, dieser 38,40 hier, diese Unterkante im Tagesschart. Dann hat man uns angeguckt, im Zwei-Stunden-Chart liegt diese andere kleine Bullenflagge, ja, die auch nach unten verlassen wurde, bei 9,10, 9,20 hat man gesagt. Dann ist hier oben 9,70 oder 9,60, 9,70 die Gap-Kante plus das Gap bei 18,20. Und das als sozusagen etwas breitere Zone stellt halt hier eben diesen Pullback-Bereich da. Ja, und da gibt es nichts zu favorisieren, welche von denen jetzt da unbedingt besser ist. Wichtig ist, reagiert er da irgendwo halt, ne? Und haut er sich so ins Knie, dass er dann tieferer Tiefs und tieferer Hochs kriegt. Ja, das ist jetzt hier so ein kleiner Entscheidungstag. Wer da jetzt sagt, Herr Martin, soll ich denn da jetzt long oder soll ich da short gehen? Wer das natürlich nicht, 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 nicht für sich daraus werten kann, der kann auch den Tag einfach abwarten und dann gucken, geht er jetzt da gerade durch oder reagiert er davon weg halt, ne? Das ist eine Entscheidungstag, so ein bisschen wie, ich würde nicht sagen 50-50, so wird es nicht sehen, aber es geht schon sehr dicht daran, ja? Weil entweder der dreht sich jetzt hier halt wirklich weg oder er drückt sich drüber. Und das hat dann in der Konsequenz eben dann auch wirklich eine, ich würde nicht sagen, mittelfristige Wirkung. Aber es verändert uns dann das Bild, weil wenn er wieder in den Channel reingeht, dann kann man hier drüber sprechen, dass das ein Fehlausbruch war. Und dann steht eben die ganze Range-Banne wieder zur Verfügung. Das heißt, drückt er sich hier einfach durch, ohne da irgendwas großartig dran rumzufummeln, legt sich wieder über die 18.000, würde ich denken, dass wir zunächst mit einem mittleren Tagessband rumspielen. Das liegt dann im Bereich um 18.900, 18.59, je nachdem wann wir da ankommen. Dann wird er von dort nochmal auf die untere Kante zurücklaufen und dann von hier irgendwie so recht mittig wieder wahrscheinlich Richtung 18.300 hochziehen. Ja, das wäre, ich sage mal, das positive Szenario. Also im Sinne von, hier unten war Übertreibung, die ist jetzt abgebaut, der Markt hat den Stress rausgenommen, ist jetzt wieder in seinem politischen Rentfortsetzungsmuster drin und dann sprechen wir in ein paar Tagen, Wochen wieder über den möglichen Bruch der Oberkante. Ja, das entscheidet sich jetzt hier wirklich in dem Bereich, geht er sich hier aber ab. Rote Tageskerzen müssen sofort die Alarmglocken angehen und man sich darauf vorbereiten, dass man eben ausschaut, nach tieferen Hochs, tieferen Tiefs im Tagesverlauf, auch Intraday vielleicht dann eben Rote draufzuwerfen, um den einen oder anderen Short nochmal zu zünden, weil das dann die Tatsache oder die Konsequenz wäre, dreht er sich im Pullback-Bereich nach unten rum, kann er wirklich, das wäre ja dann ein, das ist Verlassen des bullischen Rentfortsetzungsmusters nach unten, darf als Trend-Ende-Formation oder als Trend-Umkehr-Formation gewertet werden. Das heißt, beendet der Markt den Aufwärtstrend, kann jetzt ein neuer Abwärtstrend entstehen und der wird in so einem Bereich jetzt tatsächlich bestätigt werden und dann eben nach unten antreiben. Und dreht er sich dann hier ein, dreht er nach unten, geht seine 200-Tage-Linie zurück, dann hat er jetzt seine Gaps 4,20, 4,30, hier unten die 3,70, 3,60 und dann eben auch neue Tiefs, die man dann eben auch anplanen sollte. Ja, dann kann man schon fast sagen, 6,800 wäre dann bestimmt auch als Jahreserwärtungsniveau und als weitere Aufwärtstrendkante dran. Ja, und von daher, wie gesagt, wer jetzt für sich da nicht unbedingt Handlungsbedarf am Montag sieht, man kann das auch erst mit Warten oder man guckt halt einfach die einzelnen Scheiben, die einzelnen Stationen Stück für Stück, hangelt sich da irgendwie dazwischen noch runter, nimmt immer ein bisschen Risiko raus, das sind alles schöne Reaktionspunkte und die wird der Markt, ich denke schon, auch, dass er die anspielt und die schön zucken wird. Das sind jetzt wichtige Bereiche hier, ja, auch für die großen Jungs, um hier Absicherungsgeschäfte zu tätigen und, 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 und. Also, das sind schöne, spannende Zonen, die da vor uns liegen. Gucken wir mal, was am Montag durchmacht. Und es hat vor allen Dingen eine wichtige Signalwirkung dann für die nächsten Tage, woche, ja. Ganz, ganz, ganz wichtiger Bereich, direkt jetzt vor der Nase. Okay, Freunde, ich wünsche euch viel Erfolg, kurz gelingen, und dann gucken wir uns mal morgen an, was er draus gemacht hat. Bis dahinter. Tschüss.